Hallo ihr Lieben! Heute habe ich noch meine Neuzugänge vom April für euch. Ich habe im April mal wieder ein paar Bücher geshoppt und auch noch so ein paar Bücher bekommen und die zeige ich euch heute und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als kleine Anmerkung noch vorweg, ihr seht ja hier die Decke liegen. Es ist nicht so, dass ich keine Lust hatte aufzuräumen, es ist einfach so, dass Milo da drunter liegt und pennt. Und wenn der da schläft, möchte ich ihm seine Decke nicht wegnehmen, wenn er sich da so eingemummelt hat und drunter und tief und fest mummelt und deswegen liegt da jetzt halt diese Decke. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist oder euch stört, ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. Nicht, dass ihr denkt, boah, ihr hattet keinen Bock aufzuräumen. Nein, so ist es nicht, aber da schläft der Hund drunter, deswegen bleibt diese Decke auch da liegen. Ich sitze auch aus diesem Grund auf dem Fußboden heute mal wieder, weil normalerweise sitze ich da, wo diese Decke liegt, wenn ich oben auf der Couch sitze und drehe. Das hatte ich ja in letzter Zeit öfters mal gemacht, das ist auch für meinen Rücken entspannter, aber da liegt halt der Kleine. Aber lassen wir das Thema, kommen wir zu meinen Neuzugängen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Buch an, was ich aktuell gerade lese. Und zwar ist das Dark Palace, die letzte Tür tötet, das ist der zweite Teil dieser Trilogie. Dieses Buch macht mich fertig. Es ist so anstrengend zu lesen und eigentlich habe ich überhaupt keine Lust mehr. Also ich muss noch das Stück jetzt hier lesen und ich denke mir dann einfach so, okay, es ist jetzt eigentlich nicht mehr viel. Du hast jetzt schon 300 Seiten gelesen, die 150 schaffst du jetzt auch noch. Aber dieses Buch ist echt genauso schlimm wie der erste Teil. Der erste Teil hat sich ja gelesen wie eine ultralange Einleitung und dann die letzten 100 Seiten waren ultraspannend. Und bei dem Buch ist es hier genauso. Es passiert ewig nichts, es wird sehr viel geredet und analysiert und diskutiert und es passiert einfach nichts Spannendes. Und dann war ich echt kurz davor, dieses Buch abzubrechen und dann kam so eine übelste Wendung, wo ich mir dachte so, what the fuck ist hier gerade los? Was zur Hölle ist jetzt bitte passiert? So, dann war ich neugierig, dann wollte ich weiterlesen, aber dann kam wieder nur bla 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 bla. Das Problem ist für mich bei diesem Buch, dass man hier aus, ich glaube, sechs, sieben verschiedenen Sichtweisen liest und dass man zum einen immer Probleme hat, sich in diejenige Person gerade hinein zu versetzen, aus dessen Sicht man das Buch liest. Und es ist halt natürlich immer so, gerade wenn es bei der einen Person spannend ist, endet das Kapitel und man springt zur nächsten Person. So, und dann muss man sich dauerst mal wieder einfinden, obwohl man ja eigentlich gerade wissen will, was bei den anderen da gerade abgeht. Und das ist nicht meins und das geht mir echt tierisch auf den Sack. Und was das betrifft, habe ich auch echt keinen Bock mehr auf das Buch. Also ich würde es jetzt eigentlich gerne nehmen und beiseite packen, aber andererseits denke ich mir so, eigentlich möchte ich jetzt schon wissen, wie es ausgeht, weil jetzt gerade im letzten Kapitel sind so ein paar Dinge passiert, die mich schon interessieren, wo ich eigentlich auch schon wissen will, wie es weitergeht und ja, ich muss mal gucken. Ich versuche das jetzt mal übers Wochenende vielleicht fertig zu kriegen. Ich muss mal schauen, dass ich mich mal in die stille Ecke setze und da mich dann einfach mal komplett reinlese in das Buch und dann halt das durchziehe, weil es ist echt so, es ist schon ein bisschen anstrengend und nervig. Das kann ich nicht anders sagen, aber dieses Buch ist definitiv nicht jedermanns Geschmack. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wie gesagt, es wird eine Trilogie, das heißt, es kommt noch ein dritter Teil, der erscheint dann im November. Ich weiß aktuell noch nicht, ob ich den dritten Teil jetzt lesen möchte. Ich warte jetzt mal hier wieder das Ende ab. Wenn das Ende wieder so ist wie beim ersten Teil, dass es so ultra spannend ist und du dir denkst so, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht, dann kotze ich. Dann kotze ich echt im Strahl. Ey, wirklich. Also, Dark Palace ist das erste Buch, was diesen Monat bei mir eingezogen ist. Das Buch habe ich vom Verlag auch einfach zugeschickt bekommen. Ich habe das nicht angefragt, es ist kein Rätselexemplar oder irgendwas, sondern ich habe es vom Verlag werteweise einfach zugeschickt bekommen und wie gesagt, als ich es jetzt sowieso lesen wollte, hat es für mich halt gepasst, aber ich quäle mich halt da schon im Moment sehr durch das Buch und ich habe dadurch auch irgendwie gerade keinen Bock eigentlich so richtig zu lesen und das ist nicht gut. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern und zwar sind das die Bücher, die ihr auch schon kennt und zwar zum einen One Passion von Lauren Blakely. Das Buch habe ich euch ja schon in einem separaten Video vorgestellt. Das ist der dritte Teil der The One-Reihe, ist das, glaube ich. Und in diesem Buch geht es um Delaney und Tyler und ja, die beiden treffen nach vielen Jahren wieder aufeinander und stellen fest, dass da noch irgendwas zwischen ihnen ist und das ist halt eine Liebesgeschichte mit erotischem Anteil. Mehr dazu verrate ich euch jetzt nicht, wenn ihr mehr wissen wollt, schaut im Video vorbei. Ich fand die Geschichte wieder richtig süß und richtig toll. Ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne so niedliche Liebesgeschichten mit Erotik lest, dann solltet ihr euch diese Reihe auf jeden Fall angucken. Und ja, One Passion ist eingezogen bei mir, habe ich vom Verlag bekommen, ist ein Rezensionsexemplar gewesen und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Dann ebenfalls als Rezensionsexemplar bei mir eingezogen ist immer noch Wir von Elijah Janis. Das ist nicht das aktuelle Cover, das ist noch das alte Cover. Bei dem neuen Cover ist, das neue Cover ist dunkelblau und da sind Schmetterlinge vorne drauf. Wenn ihr wissen wollt, wie es aussieht, dann schaut auch in meinem Video vorbei. Da habe ich es dann eingeblendet, aber ich hatte jetzt keine Lust, das hier nochmal einzublenden, deswegen zeige ich jetzt einfach das alte Cover. Ja, auch diese Geschichte habe ich gelesen und ich fand, das war eine sehr, sehr süße, doch realistische Diebesgeschichte. Ich konnte mich gut in die Charaktere hineinversetzen und ich habe beim Lesen immer wieder so gedacht, so, das könnte eine Geschichte sein, die halt auch tatsächlich passiert, so in dieser Art und Weise. Und ja, ich mochte das Buch auf jeden Fall sehr. Ich kann euch das auch nur empfehlen, wenn ihr auch hier mehr wissen wollt, dann schaut im Video vorbei. Kommen wir als nächstes zu den Büchern, die ich gerade verborgt habe, beziehungsweise das eine E-Book, was ich gekauft habe im April. Ich habe zum einen gekauft den siebten Teil der Diamonds for Love-Reihe. Im siebten Teil geht es um Blake Bennett und um, oh Gott, wie hieß die denn gleich? Ich habe ihren Namen vergessen, die ist sie Grace. Ich glaube, sie hieß Grace. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist das ein weiterer Teil aus der Bennett-Reihe. Die Bennetts sind ja eine riesige Familie mit neun Kindern und jedes dieser Kinder kriegt halt quasi seine eigene Geschichte. Und wie gesagt, jetzt im siebten Teil ging es um Blake. Und ja, ich fand die Geschichte rund um Blake wieder richtig, richtig toll und richtig süß. Und mir hat die sehr gut gefallen und auf jeden Fall besser wie Teil 6. Da ging es ja um Alice und da war ich so mega drauf gespannt auf den Teil von Alice. Und dann war der so, also der war nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut. Also der war so mittelmaß und das fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber der Teil von Blake hat mir jetzt wieder sehr, sehr gut gefallen, hat mich sehr gut unterhalten. Ich weiß gerade nicht, wie der deutsche Titel ist. Ich glaube, heißes Herzklopfen. Ihr seht es ja hier auf dem Cover. Und ja, das Buch ist auf jeden Fall noch bei mir eingezogen. Wie gesagt, habe ich gerade verborgt. Ebenfalls verborgt habe ich den vierten und letzten Teil der Sinners of St. Reihe, Broken Love. Ich habe ihn selber noch nicht gelesen. Da ich jetzt auch nicht weiß, wie ich diesen Monat dazu gekommen wäre, ihn zu lesen, habe ich ihn jetzt auch bei meiner Arbeitskollegin gegeben, dass die ihn auch mal mitlesen kann. Und die hat mir schon gestern geschrieben, dass sie nicht möchte, dass dieses Buch endet. Also scheint der vierte Teil wirklich richtig gut zu sein. Und ja, da freue ich mich auch dann schon sehr drauf, dieses Buch dann endlich mal zu lesen, um diese Reihe halt auch zu beenden. Und das dritte Buch habe ich mir als E-Book gekauft. Und zwar habe ich mir gekauft, Writers in New York von G.S. Lima. Das ist ja das Buch meiner lieben Booktube-Kollegin Gabi Glemmen-Books. Und ich freue mich immer noch sehr für sie, dass das so funktioniert hat mit dem Schreibwettbewerb, dass sie den gewonnen hat und dass ihr Buch veröffentlicht wurde. Und so wie ich das auf Instagram auch immer mitbekomme, bekommt sie auch sehr, sehr positives Feedback zu ihrem Buch. Und das freut mich unglaublich, denn Gabi ist wirklich eine sehr, sehr sympathische Person auch. Und ihr gönne ich das einfach von Herzen. Und ja, ich habe in das Buch auch schon mal reingelesen. Ich habe so die ersten paar Kapitel mal gelesen. Und ich muss sagen, was ich bisher gelesen habe, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Und wenn ich die Geschichte dann gelesen habe, werde ich euch auf jeden Fall berichten, wie es mir gefallen hat. Wann das jetzt aktuell ist, kann ich euch gerade leider nicht sagen. Aber ich muss auch sagen, dass ich das Cover unglaublich schön finde von dem Buch. Also ich finde das Cover einfach mega, mega gut. Und ich glaube, wenn mir die Geschichte auch richtig gut gefällt, werde ich mir das Buch wohl auch noch holen müssen als richtiges Buch. Ich habe mir jetzt erst mal nur das E-Book gekauft, weil es im Angebot war, im Kindle-Deal für 1,99. Ich bin da ehrlich. Ich muss ja auch ein bisschen aufs Geld gucken. Und da ich ja im Moment keine Ritzi-Exemplare anfrage, muss ich da auch schon ein bisschen so finanziell gucken, was ich mir für Bücher kaufen kann. Und ich habe noch ein paar andere Bücher diesen Monat gekauft. Deswegen muss ich ja irgendwo auch mal sparen. So, soviel dazu. Was rechtfertige ich eigentlich bei euch, warum ich mir ein E-Book kaufe für 1,99? Ihr versteht das sicherlich. Wir sind ja alle nicht Grösus. So, das waren auch schon die Bücher, die ich gerade verborgt habe, beziehungsweise als E-Books gekauft habe. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern. Und ich hatte ja letztes Jahr bei Lovely Books bei einem Gewinnspielment gemacht und habe die komplette Vollendet-Reihe bekommen. Und ja, jetzt ist der vierte Teil erschienen und da hat mir der Verlag, beziehungsweise Lovely Books, dann den dritten und vierten Teil der Vollendet-Reihe jetzt noch zugeschickt. Das ist einmal Vollendet die Rache und Vollendet die Wahrheit, Teil 3 und 4. Wieso halte ich das noch eigentlich so komisch? Keine Ahnung. Und ja, ich freue mich schon unglaublich auf diese Reihe. Ich bin happy, dass ich sie jetzt komplett habe und dass ich sie dann auch so am Stück, jetzt nicht unbedingt, aber so nacheinander halt auch lesen kann. Ich bin ja kein Mensch, der eine Reihe komplett am Stück lesen kann. Also ich muss ja zwischendurch immer mal was anderes lesen, sonst wird mir das auch zu langweilig. So mal zwei Teile einer Reihe so am Stück, das geht. Aber ich kann jetzt nie diese vier Bücher, glaube ich, am Stück lesen. Ich glaube, dann würde ich irgendwie zwischendurch denken, so, äh, ich brauche was anderes. Ja, auf jeden Fall, Teil 3 und 4 sind diesen Monat noch bei mir eingezogen. Wie gesagt, hatte ich bei Lovely Books gewonnen und das freut mich immer noch sehr. Und ja, ich freue mich schon drauf, diese Reihe zu lesen. Wann ich dazu kommen werde, diese Reihe zu lesen, kann ich euch aktuell nicht sagen, weil ich aktuell immer noch an meinem Projekt Leseliste bin. Viele hatten mich gefragt, ob ich ein extra Video zu dieser Leseliste machen kann. Ich habe, ich weiß nicht, interessiert euch das wirklich so sehr, meine Leseliste? Ich weiß ja vor allen Dingen nicht mal, ob es es schaffe, mich überhaupt an diese Liste zu halten, weil momentan sieht es echt nicht so aus, dass ich diese ganzen Bücher, die ich mir da jeden Monat aufgeschrieben habe, auch tatsächlich lesen werde. Das heißt, ich werde immer wieder Bücher jeden Monat mitziehen und das wird sich dann alles auch wieder weiter nach hinten verschieben. Ich habe halt eine Leseliste gemacht, wo ich halt Bücher von meinem Sub draufgeschrieben habe, jeden Monat so drei, vier Stück. Und wo ich halt noch so Bücher draufgeschrieben habe, die neu erscheinen, die ich dann halt auch mitlesen möchte. So, dass ich halt nicht nur neue Bücher in einem Monat lese, sondern halt auch mal die alten mitlese. Dass mein Sub so ein bisschen langsam mal runterkommt, denn ich habe mir so für dieses und nächstes Jahr vorgenommen, meinen Sub abzubauen. Dass ich so vielleicht Ende nächsten Jahres, das ist mein großes Ziel, so auf 20, 30 Bücher runter bin. Das wäre so richtig cool. Im Moment stehe ich bei 118. Also inklusive aller Neuzugänge von diesem Monat, die habe ich da mit reingerechnet, bin ich bei 118 wieder und das ist nicht cool. Ich möchte da runter und deswegen habe ich Projektleseliste gestartet letzten Monat und ja, muss mal gucken, wie das funktioniert. Aber interessiert euch das wirklich, dann mache ich euch ein Video zu dieser Leseliste. Dann zeige ich euch die mal grob, wie ich die aufgebaut habe und erkläre euch die mal kurz. Und ja, also wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich euch ein extra Video zu meiner Leseliste. Und ja, zurück zu den Neuzugängen. Also wie gesagt, vollendet Teil 3 und 4, sind im April bei mir eingezogen. Ich bin sehr happy damit und die Bücher hier sind auch unbeschädigt bei mir angekommen. Der zweite Teil war ja hier oben kaputt gewesen, wo ich den gekriegt habe. Aber die sind Gott sei Dank unbeschädigt. So, vier Bücher habe ich noch und diese vier Bücher habe ich mir auch alle selbst gekauft. Ich stand in der Buchhandlung und dachte mir, ach, egal. Scheiß drauf. Du kaufst jetzt einfach mal die Bücher, die du gerne noch haben möchtest, um auch deine Reihen vollzukriegen. Denn dieses Projekt habe ich ja auch immer noch am Laufen, meine Reihen zu vervollständigen und halt auch zu beenden, dass ich halt nicht wieder 40, 50 angefangene Reihen habe. Davon will ich ja auch wegkommen. Und ja, deswegen habe ich dann noch diesen Monat gekauft. Den zweiten Teil von Cat & Cole, ein grausames Spiel. Da freue ich mich auch schon unglaublich drauf. Cat & Cole hat mir letztes Jahr unglaublich gut gefallen. Die ganze Idee hinter dieser Geschichte, das war einfach so mega gut. Und ja, ich freue mich jetzt schon sehr auf den zweiten Teil. Sina hat ihn gerade am Lesen und ich glaube, Sina gefällt der zweite Teil bisher auch wieder richtig gut. Ich muss auch sagen, dass ich das Cover wieder richtig schön finde mit dieser Wolke. Ich fand das ja beim ersten Teil schon mega cool mit dieser Wolke vorne drauf. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte. Ich weiß gerade gar nicht, wann ich Cat & Cole lese. Ich glaube, das Buch lese ich jetzt aus dem nächsten Monat, also im Juni, laut meiner Leseliste. Aber das ist egal, ich freue mich da schon unglaublich drauf. Also ja, Cat & Cole, ein grausames Spiel, ist noch bei mir eingezogen. Dann ist noch bei mir eingezogen der vierte Teil von Das Reich der Sieben Höfe, Frost und Mondlicht. Auch wenn ihr schon von allen Seiten gehört habt, dass dieser Teil eigentlich unnötig ist, weil es wirklich ein Zwischenteil ist und nicht wirklich irgendwas passiert und dieses Buch ja auch unglaublich dünn ist und große Buchstaben hat und dafür halt 18 Euro kostet. Aber ich dachte mir, ach egal, ich will es halt haben, der Vollständigkeit halber. Ich möchte halt diese Reihe komplett haben und deswegen muss ich auch das Buch hier kaufen. Und ja, ich freue mich auch schon sehr darauf, das Buch zu lesen. Das werde ich diesen Monat auf jeden Fall jetzt noch mitlesen. und ja, werde euch da natürlich auch berichten, wie es mir gefallen hat. Aber wie gesagt, wenn alle sagen, es ist wirklich nur so ein Übergangsteil, gehe ich jetzt nicht von aus, dass da großartig irgendwas drinne passiert. Und ja, ich bin aber schon sehr, sehr gespannt auf den vierten Teil von Das Reich der Sieben Höfe. Und ich finde dieses Cover hier vorne immer noch hässlich. Ich finde, die sieht so animiert aus und das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich bin kein Freund von den Kammern. Also ich muss sagen, dass hier so dieses Durchsichtige und so, das gefällt mir, aber hier diese Gesichter da vorne drauf, die hätten sie echt weglassen können. Die finde ich nicht gut. Dann habe ich mir noch gegönnt Fire & Frost, den dritten Teil von der Dunkelheit geliebt. Diese Reihe ist als Trilogie wohl aufgebaut, aber es soll wohl irgendwann angeblich nochmal ein vierter Teil kommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das dann ein Sequel ist, der vierte Teil, oder ein Spin-Off oder was auch immer, oder ob das eine direkte Fortsetzung von der Geschichte ist. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall schon sehr auf den dritten Teil gespannt. Ich fand ja die ersten beiden Teile richtig, richtig gut. Ich bin gespannt, wie es mit Ruby & Arcus hier weitergeht und was jetzt noch alles passiert. Ich meine, am Ende vom zweiten Teil ist ja so viel noch rausgekommen und du dachtest dir nur so, oh, 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 das wird interessant im dritten Teil. Und ja, da freue ich mich schon so unglaublich und deswegen habe ich mir jetzt den dritten Teil noch gekauft, dass ich auch diese Reihe erstmal beenden kann. Und das Buch werde ich aber, glaube ich, auch erst im Juni lesen, laut meiner Liste. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit ich mich an diese Liste halte. Und ja, da freue ich mich aber auch auf jeden Fall schon drauf. Hier zum Inhalt kann ich euch nichts sagen, genauso wie hier nicht, weil das ja alles Fortsetzungen sind. Deswegen möchte ich ja auch niemanden spoilern. Deswegen sage ich dazu auch nichts. Und ja, nur, dass ihr euch nicht wundert, warum ich dazu jetzt nichts weitergesagt habe. Und ja, das letzte Buch, was ich mir gekauft habe, es musste sein, ne? Brittany C. Cherry, wenn Donner und Licht sich berühren. Ich habe bisher nur Positives über dieses Buch gehört. Jeder, der es schon gelesen hat, hat gesagt, oh mein Gott, du musst es lesen, das ist so unglaublich gut. Es ist halt Brittany C. Cherry. Und ja, das wird definitiv das Buch sein, was ich als nächstes lese, wenn ich Dark Palace denn dann endlich mal beendet habe. Ich lese aktuell parallel zu Dark Palace auch noch Grisha. Und ihr wisst, ich lese nicht mehr wie zwei Bücher parallel. Und da ich Grisha mit jemandem zusammen lese, kann ich das jetzt auch nicht mal eben so wegsuchten quasi, sondern habe da halt auch jeden Tag meine Vorgaben, die ich lesen muss. Deswegen muss ich Dark Palace endlich wegkriegen, dass dieses Buch weg ist. Dass ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss. Und dann, wie gesagt, werde ich auf jeden Fall Brittany lesen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Ich finde auch, dass der Rückband sich richtig gut anhört. Ich kann euch ja mal vorlesen. Sich in Jasmine Green zu verlieben, fühlt es sich an wie ein warmer Sommerregen. Leicht und unbeschreiblich schön. Aber als wir uns Jahre später wieder gegenüberstehen, ist von dem Sommerregen nichts mehr übrig. Stattdessen sehe ich in ihren Augen einen tosenden Sturm. Wie lange tobt er schon dort? Wie lange hat er sich schon in ihrer Seele zusammengebraut? Ich kann diesen Satz nicht aussprechen. Ihr Herz ist für immer gebrochen. Und ich hase mich dafür, dass ich es erst jetzt bemerke, wo es vielleicht zu spät ist. Was ist das denn für ein Scheißsatz? Ich habe den jetzt nicht rausgekriegt. Und ja, ich finde das Buch klingt richtig toll. Wie gesagt, ich habe bisher nur Positives über dieses Buch gehört. Und ich glaube, die meisten haben auch das Buch an einem Tag gelesen, so in einem Rutsch. Und ja, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Und ich finde das Cover unglaublich schön. Ich finde allgemein die Cover aktuell mit diesen Wolkenfond drauf oder das neue auch von Bianca Yosiboni richtig, richtig schön. Das ist voll mein Ding. Und bei den Covern kann ich echt nur sagen, hat der Verlag richtig gut gemacht. Also mich sprechen die auf jeden Fall unglaublich an. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch. Und ja, werde euch dann natürlich auch hier berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich es gelesen habe. Wie gesagt, wird dann jetzt definitiv ganz, ganz bald gleich mitgelesen. Wenn ich denn Dark Palace irgendwann mal fertig habe. So, und das sind sie, meine Neuzugänge vom April. Wie gesagt, zwei Bücher habe ich ja noch verborgt. Ein E-Book habe ich noch gekauft. Und ja, es sind wieder einige Bücher angezogen im April. Aber es sind ja eigentlich alles Fortsetzungen. Bis auf die... Bis auf das eine Ritzi-Exemplar und Brittany. Ansonsten sind es alles Fortsetzungen. Also ich habe mich an meinen Vorsatz gehalten, nicht mehr so viele neue Bücher zu kaufen. Und ich bin auch echt gerade arg mit mir am Ringen, weil ich halt auch so keine neuen Reihen anfangen kann. Einerseits denke ich mir so, schieb neue Reihen einfach komplett von dir weg, weil ich halt einfach die, die ich habe, erst mal beenden möchte. Aber andererseits ist das natürlich auch doof, weil so neue Reihen und so Geschichten... Oh, ihr könnt das, glaube ich, verstehen, oder? Es ist halt einfach cool, immer eine neue Reihe anzufangen. Ich liebe erste Teile von Reihen. Ich finde es immer wieder toll, so in eine neue Welt einzutauchen, neue Charaktere kennenzulernen, die Hintergründe zu ergründen. Und erste Teile sind für mich da, was das betrifft, immer etwas Besonderes. Aber man möchte ja halt auch wissen, wie es bei den ganzen anderen Reihen ausgeht. Deswegen dieses Jahr Reihenabbau und Subabbau im Vordergrund. Ich versuche mich da wirklich jetzt an meine Lüge Liste zu halten, streng mit mir selber zu sein und nicht jetzt zu viel Neues noch anzufangen, auch wenn es mir hier in meinem Leserherz weh tut. Aber ich möchte einfach von diesem Sub runterkommen. Das ist... Ich habe da keinen Bock mehr drauf, so viele ungelesene Bücher hier zu haben, ganze Reihen hier zu haben, die ich noch lesen kann und es einfach nicht tue, weil ich stattdessen immer wieder neue Bücher kaufe und die erst mal lese. Und das nervt mich dann selber an mir. Deswegen muss ich da jetzt durch. Und ich rede schon wieder viel zu viel und viel zu viel Unsinn. Und deswegen beende ich dieses Video jetzt an dieser Stelle. Es kam ja diese Woche in der Woche kein Video. Ich denke mal, es wird nächste Woche in der Woche auch kein Video kommen, sondern dann ist nächsten Sonntag wieder der Lesemonat. Ich gucke, dass ich dann auch endlich dazu komme, mein Bücherregal-Video zu machen. Ich habe jetzt alles ausgeräumt, alles umgeräumt, alles hübsch gemacht, nochmal zwei Bücher rausgenommen. Und ja, jetzt sieht das alles wieder ein bisschen ordentlicher aus und ein bisschen lockerer aus. Ich habe auch gleich Platz gemacht für die Bücher hier, dass ich die dann einfach mit ins Regal stellen kann. Und ja, das Video wollte ich euch auch noch drehen. Das wird dann, denke ich mal, in der Woche nach dem Lesemonat kommen. Und ich gucke mal, ich wollte auch noch einen Tag machen irgendwann, dass der vielleicht irgendwie nochmal mit online geht. Aber da ich halt keine Rezi-Exemplare habe im Moment, habe ich halt auch nicht so Bücher, die ich jetzt für die Buchvorstellung unbedingt mache, weil ich ja gesagt habe, ich mache nur noch Rezensionen, wenn ich Rezi-Exemplare habe, weil ich im Moment ja ein bisschen mal runterfahren wollte mit dem ganzen YouTube-Kram und einfach mal so ein bisschen mehr Zeit auch wieder für mich haben wollte. Und ja, also wundert euch nicht, nächste Woche, in der Woche wird es auch wieder kein Video geben, sondern dann am nächsten Sonntag, der Lesemonat vom April. Und dann noch die Woche das Bücherregal-Video. Ich schwöre es euch, dass es dann kommt. Ihr habt immer wieder gefragt. Und ansonsten, ich werde heute noch mit einem neuen Weekly Reading mal wieder anfangen. Und das werde ich dann auch zwischendurch irgendwann nochmal mit hochladen. und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch erstmal nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Und wollen wir nochmal einen kleinen Blick auf Milo werfen? Wartet. Ich gucke mal. Guck mal. Wartet. Da, guck mal. Oh, mein Kleines. Wollte ich mal kurz Hallo sagen. Ich decke dich wieder zu. So. Ich decke wieder zu. So. Macht's gut. Tschüss. Wollte ich mal kurz mal kurz gesagt.